Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Deezer Dad Video auf meinem Kanal. Die traurige Nachricht, ich habe gerade eben mein Model 3 nach Bad Dürrheim zu Stegmann gebracht, wo es nun fünf Tage lang sein wird, um repariert zu werden. Die gute Nachricht, ich habe dafür ein Model Y bekommen und kann jetzt tatsächlich eine ganze Woche mit dem Model Y durch die Gegend fahren und das mal ausprobieren und schauen, ob das eigentlich, wenn man es nun mal wirklich lange und ausführlich testet, das bessere Auto für mich wäre. Ich zeige euch gleich, wenn ich einsteige, mal die allerersten Eindrücke, die ich wirklich nach zehn Minuten fahren hatte. Ich habe es inzwischen auch geschafft, den Autopiloten zu aktivieren. Ich habe schon gesehen, es gibt eine Verkehrszeichenerkennung und ich habe gesehen, dass ich hinten nicht viel raussehe, deswegen muss ich da hinten mal kurz ein Plakat abmachen. Dafür werde ich jetzt nicht bezahlt, weder fürs Abmachen noch dafür, dass Stegmann Mitarbeiter sucht. Also ich möchte aber lieber ein bisschen mehr sehen und deswegen mache ich das jetzt mal kurz da ab. Ich wollte es eigentlich retten, aber das ist mir leider nicht gelungen. Also falls der Aufkleber neu sein muss, liebe Stegmänner, ich bezahle ihn euch. Was mir sofort aufgefallen ist, vor allem beim Drinsitzen, sind diese relativ kleinen Außenspiegel. Das verstehe ich nicht ganz. Größeres Auto, aber kleinere Außenspiegel. Das sieht dann von drinnen so aus. Also warum man in einem größeren Auto weniger in den Außenspiegeln sehen soll, weiß ich nicht. Auch im Rückspiegel sieht man meiner Meinung nach weniger. Und das ist halt auch genau der Grund, warum ich jetzt diesen Aufkleber da weggemacht habe, weil dann hat man das Wenige, was man sehen konnte, auch nicht mehr gesehen. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt ja ausführlich Gelegenheit, dieses Auto zu testen, auch mit dem Oscar zusammen. Das werden wir natürlich machen. Ich wollte euch nur hier direkt nach dem Losfahren die ganz wenigen Eindrücke, die ich sofort hatte, mitteilen. Ich finde ihn laut, also entweder die Dämpfungen vom lieben Michael aus Lübeck nützen doch einiges oder der ist lauter. Und es gibt ein merkwürdiges Sirren, das mich irritiert und auch stört. Ich glaube, der Oscar wird es hassen. Der ist nämlich schon, wenn er irgendwo reinkommt, es läuft irgendwo ein Fernseher drei Zimmer weiter, ist der schon immer sehr unglücklich und den stört sowas extrem. Mal sehen, was der dazu sagt. Ja, und was mir vielleicht noch aufgefallen ist, wirklich ganz spontan, dass ich einmal in der Kurve nicht so stark beschleunigt habe, glaube ich, wie ich es sonst getan hätte. Also so ein bisschen wackeliger scheint er mir auf den allerersten Eindruck zu sein. Und ja, damit möchte ich diese ersten Eindrücke auch wieder beenden und melde mich bei euch, wenn wir das Auto mal richtig ausgiebig gefahren und getestet haben. Bis dann! Sieben Tage später, ich fahre jetzt tatsächlich den siebten Tag schon mit dem Model Y durch die Gegend. Der liebe Oscar ist auch dabei und hat auch schon einige Fahrten damit gemacht. Das ist also praktisch jetzt mal eine Gelegenheit, einen etwas längeren Test für euch hier zu dokumentieren und unsere Erfahrungen damit. Ich denke mal, zunächst mal machen wir so die Standards noch von 0 auf 100, Spitzengeschwindigkeit, natürlich den Oscar-Test oder den Kofferraumtest. Und dann kommen wir mal zu den Punkten, die uns aufgefallen sind in sieben Tagen Model Y. Also ganz grob gesagt ist das Interieur hier natürlich das, was alle, die einen Model 3 Facelift schon mal gesehen haben, kennen. Also wir haben dieses sehr aufgeräumte Äußere, dann diese auffällige Holzimitation, die sich hier auf die Türen rüberzieht, das vegane Leder, dann beim Facelift ja neu bezeichnete Türöffner, damit man den Freunden nicht immer sagen muss, wie es rausgeht. Dann in der Mittelkonsole eine geschicktere Lösung für diese Klappe. Das ist bei meinem auch noch nicht so gut. Und wir haben den USB-Stick im Handschuhfach, sodass man die Aufnahmen der Wächterkamera dann auch geschützt hat, sozusagen eingeschlossen hat. Was hier vorne natürlich das Auffälligste ist, ist das große Display. Das hat auch eben schon diesen neuen Prozessor. Deswegen erkennt die Software jetzt hier auch im Gegensatz zu meinem Auto schon Verkehrszeichen, Ampeln und die Striche auf der Fahrbahn. Klar, natürlich das Äußere, dass wir hier nochmal uns schön anschauen. Die Form ist natürlich komplett anders und etwas wuchtiger. Und was natürlich besonders ist, ist, dass das Glasdach hier beim Model Y durchgeht und dadurch dann auch dieser zweite Bügel nicht hier sitzt, sondern nach hinten verlegt ist. Ob sich das hinterher auf den Sitzkomfort hinten auswirkt, werden wir dann gleich beim Oscar-Test sehen. Jetzt habe ich ihn gerade mal hier andersrum hingestellt und dabei festgestellt, dass er einen ziemlich großen Wendekreis hat, muss man schon sagen. Ansonsten, das kennt ihr auch vom Model 3 Facelift, ist hier vorne eine Wärmepumpe mit drin. Und, was ich sehr unangenehm finde, die neuen machen natürlich jetzt Geräusche. Die normalen Fahrgeräusche, die gehen noch, aber das, was das Ding beim Rückwärtsfahren macht, das klingt irgendwie so ein bisschen nach UFO, das verstehe ich überhaupt nicht. Und vor allem, das ist saumäßig laut. Und wenn man dann irgendwie nachts rückwärts in die Einfahrt reinfährt, dann wacht das ganze Haus in die Nachbarschaft noch mit dazu auf. Also das hätte ich gerne abgestellt, weil da fahre ich nun wirklich niemanden mehr um nachts um zwei. Ja, schicke Reifen hat das Ding natürlich. Turbinenfelgen nennt man das. Das ist auch ganz schön große Räder. Stattliches Auto, wie so dasteht, vor allem so mit dem Chrome Delete, also dem geschwärzten Chrom, sieht das doch recht amtlich aus. Natürlich, das ist hier die Long Range Version, also mit zwei Motoren. Wie ihr wisst, habe ich hier einen Rearwheel Drive. Wenn wir jetzt gleich einen Beschleunigungstest machen, dürfte das auf jeden Fall mindestens so spritzig sein, obwohl es ein bisschen größer ist als meins. Genau. Und das machen wir jetzt. Eine 0 auf 100 Testung mit dem Model Y. Ein kleiner von 0 auf 100 Test. Und es geht los. 6, 7, 8, 9, uff. Ey, Alter. Das war aber schon, also ich meine, wir haben ja verschiedenste Autos jetzt schon getestet, aber das ist schon einfach immer heftig, oder? Und das ist ja kein Performance. Schon echt der Bauch gezogen, eigentlich. Ja. Eine Sache noch. Ich hatte ja vorhin gesagt, das wird dem Oskar nicht gefallen, weil wir fahren hier gerade auf der Autobahn zum Hochgeschwindigkeitstest und das sirrt wie verrückt da hinten, dieser Motor. Also es hat wenige Minuten gedauert oder Sekunden, bis der Oskar eigentlich schon sich beschwert hat. Er sagt, es ist ihm sofort aufgefallen. Ist aber auch klar. Es ist wirklich unangenehm. Ich denke, so bei 80 fängt es an. Wir fahren jetzt gerade so entspannt 120 und das ist ein richtig böses Pfeifen. Das kannte ich von Teslas bisher noch nicht. Das ist aber, glaube ich, auch ein Fehler, den man vielleicht mal beheben sollte bei diesem Auto. Ich glaube nicht, dass das standardmäßig so ist. Was wohl standardmäßig so ist, ist, dass der Kofferraum keine Abdeckung hat. Und dadurch werden natürlich wahrscheinlich diese Geräusche von hinten hier noch besser zu hören sein. Es gibt natürlich Kofferraumabdeckungen. Und wenn ich jetzt jedenfalls so einen Motor hätte, der so sirrt, würde ich auf jeden Fall eine Kofferraumabdeckung erstmal versuchen. Wir sind auf dem Weg zum Speedtest. Und ja, mal schauen. Das Ding geht ja wie Sau. Ich fahre ja nicht so gerne so schnell. Wir machen mal sowas von 100 auf 200 oder so, würde ich sagen. Okay? Und wir fangen jetzt an. Na? Klasse, die 200. Na ja, da ist es vorbei, oder? 220, ja. Aber ich gucke auch nicht, ob er noch 222 kann. Ehrlich gesagt, für mich ist das laut genug, schnell genug, alles genug. Genug Stromverbrauch. Ja, dann suchen wir uns ein schönes Plätzchen und machen noch den Oscar-Test und den Kofferraum-Test natürlich. Und eine Sache, die mir natürlich besonders gut gefällt, was meiner nicht kann, aber ich glaube auch die neuen Model 3s können, ist die Heckklappe. Also den Kofferraum auf- und zumachen mit der App. Was einem natürlich als allererstes auffällt, wenn man hier reinschaut, vor allem im Vergleich zum Model 3, ist, dass hier keine Hutablage ist oder wie auch immer man das nennen soll. Und dadurch ist das ein riesiger, hoher Kofferraum sozusagen für mich als Model 3-Fahrer. Und ich nehme mal meine 22 Zentimeter Hände und messe das mal nach. Also wir haben hier an der engsten Stelle ziemlich genau 88 Zentimeter. Die Höhe an der Stelle, die Ladehöhe sozusagen, naja, ungefähr 66 Zentimeter. Die Rückbank kann man hier asymmetrisch ganz bequem mit diesen beiden Knöpfen umklappen. Jetzt war eine andere Seite. Und dann haben wir natürlich ein sehr großes Loch. Das kommt mir größer vor als beim Model 3, muss ich sagen. Da passt meiner Meinung nach mehr als ein Handgepäckkoffer rein. Ich würde da fast zwei drin sehen. Tja, und die Länge von der Janssen, magst du dich nicht mal reinlegen. Also wenn der Oskar 1,95 ist, dann ist der Kofferraum ungefähr 1,85 würde ich sagen. Oskar, bist du einer? Meiner Meinung nach, kann schon sein, ne? Ja, wir haben ja auch so mal ein Video gemacht mit einer Matratze, die es extra dafür gibt. Und das wäre auf jeden Fall bequemer, hier mal vielleicht auch eine Nacht zu schlafen. Das könnte man, glaube ich, ganz gut hinkriegen, ohne dass man Platzangst kriegt wegen dieser Überbauung. Was mir nicht ganz klar ist, wo man dann diese Kofferraumabdeckung anbringt. Da ist also keine Vorrichtung mir ersichtlich. Dann schauen wir mal vorne rein. Auch nice, dass der dann von alleine hochkommt. Das haben wir, glaube ich, schon mal gesehen. Der ist ein bisschen kürzer hier als beim Model 3. Wärmepumpe ist noch drin und ein größerer Filter. Das heißt Bio-Defense-Mode, hat mir der Oskar gerade gesagt. Dass man also praktisch ein Filter-System hat, was einen vor allem widrigen und gefährlichen auf dieser Welt schützt. Sonst, ordentlich Platz, wie immer. Ach, hier ist das Ding. Ich habe noch nie gewusst, dass es so etwas gibt. So, zumachen muss man hier, glaube ich, selber. Ist das so? Oh! Was? Ja, weißt du, guck mal, der Witz ist hier, auf der App steht öffnen. Sind Sie sicher? Sie müssen ihn von Hand schließen. Öffnen. Klonk. So, jetzt steht da offen. Da muss jetzt drauf kommen, dass du trotzdem nochmal auf offen klickst. Dann steht da, sind Sie sicher? Sie müssen ihn von Hand schließen. Dann sagst du, öffnen. Ich finde, das hat ein bisschen die Qualität von Windows-Computern. Wo du auf Start drücken musst, um ihn zu beenden. So, und jetzt wollen wir mal gucken, ob dieses große Auto auch wirklich groß ist. Und deswegen darf der Oskar mal hinten sitzen. Und wir machen den Oskar-Test. Also der Oskar ist immer noch 1,95 und der steigt jetzt mal hinter dem Beifahrersitz ein, der ja auch auf 1,95 jetzt eingestellt ist. Mal gucken, wie das da so aussieht. Also ich saß ja schon mal drin. Da war das sehr weit vorne und da konnte ich meine Beine gestreckt, also konnte ich meine Beine ausstrecken. Das fand ich, das, also. Es ist sein Auto, ne? Es ist auf jeden Fall mein Auto, ja. Jetzt ist der Sitz so eingestellt, dass ich vorne gemütlich sitzen kann. Und hinten auch absolut gemütlich. Also meine Knie, ich muss nicht so sitzen, wie zum Beispiel im Model 3, dass der Sitz hier zwischen meinen Beinen ist. Mit meinen Knien komme ich dahinter. Ich habe genug, ich stehe hier nicht so weit nach oben. Wie beim ID.5. Also hier hat man halt sau viel Platz, weil da ist ja sau viel Platz drin. Ah ja, das stimmt. Und dazu ja noch, das ist ja mein Favorit. Wir haben ja viele Autos mit Panoramadach schon getestet und auch viele mit Panoramadach, die dann hier hinten diese Überrollsäule da hatten. Und ich habe mich immer gefragt, warum das keiner hinbekommt, dass die Überrollsäule nur so, gerade so weit hinten ist, dass man den Kopf noch gerade ausschränken kann. Und hier ist das perfekt. Also ich kann mich super aufrecht hier hinsetzen. Wirklich gemütlich. Und mein Kopf passt da gerade so, aber er passt halt da so vorbei. Also das ist echt mega super. Es gab ja auch, glaube ich mal, noch die Möglichkeit in Amerika zumindest, das zu einem Siebensitzer umzurüsten, dass da hinten nochmal zwei Sitze sind. Das weiß ich nicht ganz, wie ich mir das vorstellen soll. Vor allem, weil dann die ganze Rückbank auch noch weiter nach vorne geht. Dann wird es schon eng. Aber so, also echt mega viel, mega viel Platz. Das ist nicht nur ein größeres Auto. Man hat sogar mehr Platz. Das ist doch mal was, oder? Kann man das so sagen? Es ist von den ganzen großen Autos, die wir getestet haben in letzter Zeit, das Einzige, in dem du in allen Belangen deiner Körpergröße vollumfänglich zufriedengestellt bist? Ja. Eigentlich schon, gell? Ja. Also jetzt Tesla-Fanboys hin oder her. Ich glaube, das ist einfach ein Fakt, kann man so sagen. Ja, also ich meine, ich liebe das Auto, aber natürlich auch eben deswegen. Das ist schon echt geil. Also ich glaube, jetzt haben wir zwei der großen, großen Vorteile gesehen. Nämlich, dass man hinten so eine schöne, hohe Einladehöhe hat und natürlich den Platz hinten. Ich bin jetzt ja auch den sechsten oder siebten Tag mit dem Auto unterwegs und habe mir ein paar Sachen zusammengesammelt, die ich vielleicht hier noch fazitmäßig unterbringen möchte. Ich glaube, ein wesentlicher Unterschied ist, dass es meiner Meinung nach ein härteres Fahrwerk hat. Also ich finde, dass es mehr ruckelt. Du bist da gar nicht so überzeugt, aber vielleicht liegt es auch nur daran, dass es höher ist und deswegen so die Hebelwirkung sozusagen größer ist, was auch immer. Auch gegen Wind ist es anfälliger. Ich habe einmal ziemlich viel Wind gehabt und das hat man doch deutlich gemerkt. Und dann, was ich ja irgendwie fand, als ich zum ersten Mal hinten eingestiegen bin und war irgendwie einen Tag damit gefahren, habe ich gleich, ist es mir ins Kreuz gefahren, als wären diese Sitze unbequemer. Das ist tatsächlich, also als ich das erste Mal reingesessen bin, hinten, habe ich auch direkt gedacht, dass ich die Sitze hinten härter finde. Was mir natürlich mir persönlich sehr aufgefallen ist, ich glaube, du hast dich schneller daran gewöhnt, ist, dass das Ding 20 Zentimeter breiter ist, weil unsere Einfahrt ist ja sehr eng und hier Rosen und da Pflanzen und da einen Vorsprung und da noch was. Und da sind 20 Zentimeter, ich meine, das ist ja fast meine Hand, ist schon eine ganze Menge. Also ich habe immer länger gebraucht beim Einparken. Ja, das ist halt eine Umgewöhnung. Also ich glaube, halt das kombiniert mit dem sehr großen Wendekreis, der ja beim Model 3 auch schon sehr groß ist, mit dem klobigen, großen Auto, schlechte Kombination. Genau. Sieben Tage Model Y würde ich tauschen. Wir hatten diese Thematik schon mal. Ich meine, es ist überhaupt keine Frage, was Oskar machen würde. Der will immer schon ein Model Y, der will es jetzt nach dieser Woche umso mehr. Und ich bin mir einfach nicht schlüssig. Also man kann wenig Schlechtes über dieses Auto sagen, muss ich wirklich sagen. Also es gibt, mich stört am ehesten die harte Fahrweise und dass man nicht mehr so sportlich unterwegs ist. Das hätte ich jetzt nie gedacht, dass mich das interessiert. Sportlichkeit, man gewinnt enorm Platz, Bequemlichkeit, sitzt höher. Das ist alles sehr angenehm. Also dann kommt vielleicht noch der Sparsame dieser Dad und der sagt, dafür jetzt 10.000, 15.000 Euro bei einem ohnehin schon wirklich kostspieligen Auto. Da würde bei mir als allererstes wahrscheinlich am Schluss der Geiz die Entscheidung treffen und sagen, nee, das gönne ich mir nicht. Die beiden Autos schenken sich nichts. Es ist ein wirklich tolles Auto. Ich werde aber trotzdem auch mein Model 3 sehr gerne wieder in Empfang nehmen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, dann lasst mir unbedingt ein Abo da, like dieses Video, kommentiert unten, was ihr von der ganzen Thematik haltet und seid auch nächstes Mal wieder dabei. Bis dahin, euer Diese Dad. Bis dahin, euer Diese Dad.